Evangelische Kirche im Rheinland Am 22. Januar sind in Israel Parlamentswahlen. Wie trostlos ist die Lage aus Ihrer Sicht? Nach allem, was man hört an Prognosen, ist das nicht sehr trostreich. Es wird einen Rechtsruck geben, so sagen alle, die davon was verstehen. Und Rechtsruck heißt keine Verständigung mit Palästinensern, kein Friedensprozess mit den arabischen Nachbarn, sondern Konfrontation und Machtbehauptung. Und das verspricht nichts Gutes für Frieden und Gerechtigkeit in der Region. Sie leben ja in Israel und sagen trotzdem, es gibt auch Hoffnungsgeschichten. Welche? Ja, ich könnte eine ganze Reihe von Geschichten erzählen und wähle vielleicht eine aus dem Dorf, in dem ich lebe. Nesamim. Ein christliches Dorf im Norden Israels, seit 50 Jahren auch von der Rheinischen Kirche unterstützt. Und dieses Dorf ist zu einem Ort der Begegnung unterschiedlicher Menschen in Israel geworden. Da kann es also morgens um 9 Uhr vorkommen, dass zwei Busse auf dem Parkplatz stehen, Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren aussteigen, ihre Zimmer beziehen, sich im größten Raum unseres Dorfes treffen. Hier die einen, auf der anderen Seite die anderen, mit einem großen Zwischenraum dazwischen. Nicht hier die Mädchen, da die Jungen, sondern hier die arabischen Israeli, dort die jüdischen Israeli. Man kann in Israel 16, 17 Jahre alt werden, ohne jemals in seinem Leben mit Gleichaltrigen der anderen Gruppe zu sprechen. Das Leben läuft parallel unberührt. Ja, und da gibt es Initiativen, die Begegnungen stiften. Und mit solchen Organisationen arbeiten wir in Nesamim zusammen, bieten ihnen den Ort. Und wenn man nachmittags durch das Gelände geht, sieht man überall im Schatten der Bäume kleine gemischte Gruppen, die Vertrauensspiele machen, es sich fallen lassen, aufgefangen werden, Jonglierspiele. Und man merkt, hier kommt in zwei, drei Tagen etwas in Bewegung. Feindbilder zerbrechen, Raum für neue Erfahrungen werden frei. Und die jüdischen Israeli sind ein Jahr später Soldaten und Soldatinnen und begegnen Palästinensern und Palästinenserinnen im Gazastreifen oder auf der Westbank. Aber sie haben dann andere Erfahrungen gemacht mit Palästinensern. Das ist alles nicht viel, aber kleine Zeichen der Hoffnung. Und so könnte ich jetzt eine Reihe von weiteren Geschichten erzählen, wo es immer darum geht, dass persönliche Begegnungen zwischen Menschen, die einander fremd sind, Bilder zerbrechen und neue Hoffnungsperspektiven entwickeln lassen.